hallo und willkommen zu american trucker simulator mit mir seno sanadi eine neue neues projekt von mir auf meinem kanal legen wir uns mal das profil an und dann legt man los das so Oh, fadig. Super, ciao. Oh, fadig. Ich darf alles mal herstellen. Ich werde das auch schon so herstellen. So, das war so. und hat nein die 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 zu starten mal durch Das ist ein wenig zu leiser eingestellt, Scheibenbeleister. Wir befinden uns hier gerade im Tutorial. Tutorial. Ich hab's noch schnell was ich sehen möchte. Da ist da gar kein Bock hab. So. So. Na nicht. Das war. Das stell ich dann offline rein. Und gleich rein. Ich hab's noch nicht gesehen. Die Folgenlänge entscheiden sich auch je nach Tor. Es gibt Ton. Die gehen gleich mal eine Stunde. Da geht dann auch die Folge dann noch eine Stunde. Ich hab's noch nicht gesehen. 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 Aktuell spiele ich ohne Lenkrad, dass du dich dann nur auf Stream einrichten, da es ziemlich sehr interessiert ist und nicht, dass wir das Profi jetzt abwarten machen müssen. Also in der nächsten Folge wird es dann wahrscheinlich mitten im Bad gespielt. Die Folgen zur Amerika-Glocke kommen auch so wie ich Zeit habe, also davon gibt es keinen festen Uploadplan. Einfach so wie ich lustig bin und das mal abwarten. Abonniert mich, aktiviert die Glocke, dann klappt das. Und wenn man sagt, dass es bei mir keine festen Zeiten gibt, die viele schon direkt haben. Ich versuche es schützliche Bilder. Und wenn man sagt, dass ich ein Stück weit weggelebt. Und wenn man sagt, dass ich einen Gangmisschen öffnei mit einem solchen Grund, dass ich die Arbeit schon so sehe, ist das, dass ich gleich nicht hin kann. Dieses Tutorial geht mir so tierisch auf dem Geig, tiefer in der Sicht, in der Achtung. Dann müsste ich auch gleich im Ziel sein, in zwei Meilen. Ich weiß nicht, ob ich meine Blühle bedenkehle ich auch. So, jetzt sehen wir uns gerade aus. So, jetzt sehen wir uns gleich wieder, hier. Jetzt können wir uns wieder aus. So, jetzt machen wir uns über den Parkmann. Ich nehme jetzt einfach mal das, ich will das Tutorial. überspringen die märz und kein trug Kaufen Da ich das nicht... Boah Dann gehen wir hier drauf und suchen das mal aus Dann sind erschrecken reingetellt Ui, wie doof von mir Dann nehmen wir das und den Auftrag beginnen Ich werde mich grad nicht reinlassen Ich werde rein So, jetzt muss ich das einstellen hier Total schlimm So, jetzt geht es mal so Das Spiel hier, wenn ich das nicht blicken kann Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich hab's aber schon. Ich weiß nicht, dass ich dich. Ich hab alles gut gemacht. Ich hab die Wege. Ich hab die Wege. Ich habe die Wege. Ich habe die Wege. Und die haben was? Ja, schon. Ich kann gerade kaum hier aufmachen, aber egal. Ich bin nämlich kein Simulator separat. Und ich möchte jetzt ausschalten. Der nervt nämlich. GmbD. Und dann. Ich muss nur diese Technik einstellen. Und dann. Okay, ich kann schon hier. Ich habe jetzt zwei Phippen gesagt. Okay. Oh, okay. Das ist ein schluss. Die Simulation ganz oben, wie auch immer. 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 Ja, die höchste Artikel. Das war so eigentlich jetzt gerade nicht geplant, ging ich so jetzt fahren, aber okay. Alles geschrottet. Oh Mann, alles kaputt. Eigentlich ist gerade Null geplant. Dahin hast du immer noch kaputt geblendet. Das war so eigentlich nicht geplant. Das war so einfach nicht. Das war so einfach nicht. Oh, das ist noch nicht so schön. Eww. Das war's für heute. Das war's für heute. Vielen Dank. 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 What? ... 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